Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Alle offenkundige und heimliche Feindschaften von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütchen. Musik Sein oder nicht sein, unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Fäder sich neu gründet. Und sein oder nicht sein deutscher Mann und deutschen Wesen. Musik 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 Aber wer ist mit Gott, wer mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war?